Und du? Ich würde gerne mit Herrn Tukur was drehen. Ah! Den finde ich ja, bin ich ja echt so ein großer Fan von. Vielleicht kannst du eine Leiche spielen im Frankfurter Tatort. Nee! Doch, Frankfurt ist er jetzt, oder? Echt? Nein! Doch? Warte mal! Frankfurt ist die Frau, aber Ulrich Tukur ist doch auch Tatort-Kommissar jetzt. Das wusste ich gar nicht, aber wenn das so ist, dann wäre ich Tatort wäre eh sowas, wo ich mich mal bewerben wollte. Ehm, hier müsste auch irgendjemand hier sein, der das jetzt sieht. Ehm, Tatort! Ehm, nein. Das wäre so jemand, den ich wirklich toll finde. Als deutschen Vorausspieler finde ich auch ganz toll. Der hat was, ne? Ja. Der hat auch, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal so eine Reportage über den gesehen und das fand ich einfach, das hat mich inspiriert. Seht ihr vielleicht einfach so gut aus, um so eine Charakterrolle zu spielen? Ungeschminkt nicht! Ach das! Also, ich weiß nicht. Aber ihr wisst ja nicht, dass wir... Es sieht ja eigentlich alles scheint super aus. Ja, eine halbe Stunde werden wir morgens draufgespackelt. Ja, eine halbe Stunde gemacht und getan. Ich habe mal Charlyse, der Ron, die ist ja auch so eine super Beauty, die hat man dann irgendwie, die musste man dann auf Hessen nicht schwingen. Ja, ja, ja. Ja, das war ja nicht viel Arbeit bei den einzelnen Teilen und allem. Du fehlst noch. Ach ja, genau. Ach so, mit Sean Penn würde ich gerne mal drehen, weil ich den großartig finde. Sean Penn war zusammen fast mit... Ich weiß mal, du hast ja auch ein sehr breites... Es geht über Sports. Also wenn ihr bei Young seid, gehen morgen die IN und die OK durchgelesen. Du kennst echt alle News, ne? Und Sean Penn ist 50, da habe ich jetzt einen Fotofil aus dem Sommer. Der hat eine Figur, da müsst ihr euch aber warm anziehen. Wenn es Jo sich jemand nackig macht, dann wirst du mal gucken... Ach so, ihr macht doch noch eine gute Liebe, wir müssen auch noch mal über eure Sendung reden. Genau, ja, lass uns mal über die Sendung sprechen. Toll, oder? Läuft! Super! Ja, wir sind wohl da jetzt. Ja, wir sind wohl da jetzt. Macht Spaß, Mallorca ist noch besser. Ja. Macht super Spaß, wir waren ja schon da, Tore nicht. Aber... Ja, wir haben ja tatsächlich eine komplette Produktion auf Mallorca. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, auf Mallorca zu drehen hat Vor- und Abteile. Erzähl doch mal davon. Ich will es gerne hören. Doch nicht heiß! Nein, auf Mallorca es war wirklich unglaublich heiß, was wir da gesehen haben. Aber trotzdem macht es natürlich tierisch viel Spaß am Strand stehen, das Meer zu haben. Es ist schon... Ja, man hat sich sehr leid, das Meer ist toll. Also Mallorca macht echt richtig Spaß.